hi leute und willkommen zu meinem neuen video hier in diesem video möchte ich mal kurz auf eine zuschauerfrage eingehen die ich auch ein paar mal schon bekommen habe und zwar zum thema led sports led lampen viele leute bauen jetzt diese led lampen ein die auf basis von 230 volt arbeiten das heißt led lampen die so geschaltet sind und hergestellt sind dass man sie direkt mit dem 230 volt netz verbinden kann diese lampen haben mitunter aber einen nachteil besonders wenn man sehr wenige von ihnen einbaut sie klimmen mitunter nach ich demonstriere das euch jetzt einfach mal hier indem ich hier eine standard gu lampe in eine gu fassung einbaue und diese hier einfach mal mit meinem stromnetz verbinde dazu benutze ich hier einfach diese schnell verbindungsklemmen einfach die leiter und den neutralleiter hier mit der mit dem leuchtmittel mit dem led leuchtmittel verbinden und wenn man die lampen dann wieder aus und einschalten und wiederholen das manchmal mehrfach kann es dann vorkommen dass diese lampen teilweise nach glimmen das sieht dann in etwas so aus ich zeige euch hier meine aufnahmen etwas dunklerer umgebung und das kann dann mitunter äußerst nervig sein um jetzt diesen klimmen prozess zu unterbrechen oder abzustellen gibt es eine ganz einfache möglichkeit man kauft sich hier einfach so eine art kondensator oder einen entstörer und schaltet den einfach zwischen lampe und leitung wie das geht zeige ich euch hier einfach mal ganz schnell wir schalten den strom ab trennen den strom komplett vom haus hauptnetz wichtig dass ich ist hier eine elektroinstallation das sollte eigentlich nur vom fachmann durchgeführt werden und hier sollten auch immer die fünf sicherheitsregeln befolgt werden so wir haben jetzt hier den standard kondensator wir haben jetzt hier eine erde dran und zwei adern die ja einfach rausgehen wir brauchen eigentlich nur eine von diesen adern und die erde die erde trennen wir einfach mal hier da wir diesen befestigungs ring nicht benötigen und setzen sie einfach circa zehn millimeter ab nun verbinden wir hier diese erde mit dem erdungskabel was zu einem hauptverteiler geht einfach hier mit so einer vakuum klemme damit verbinden und eine dieser adern aus diesen kondensator verbindet ihr jetzt bitte mit der phase die zu eurem leuchtmittel oder zu den leuchtmitteln die ihr da angeschlossen habt geht einfach hier mit bei stecken ich mache das jetzt hier mal demonstrativ ihr könnt das auch mit einer lüster klemme oder anders lösen nur um es darzustellen und so haben wir quasi diesen kondensator einfach dazwischen geschaltet um jetzt den kondensator zu benutzen ganz einfach wieder strom auf die anlage geben im ausgeschalteten zustand tut er seine arbeit die led klimmt nicht mehr blitzt nicht mehr blinkt nicht mehr und die lampe ist aber noch normal nutzbar mit dem lichtschalter einfach ein und ausschaltbar dieser kondensator tut halt quasi nur diese überspannung oder diese impulse die da in eurem netz teilweise sind durch schlechte leitungen durch elektrosmog oder ähnliches quasi auffangen und verhindert dass dann eure leds quasi ständig anspringen ihr müsst auch keine angst haben wegen dem einen kabel was hier noch frei ist ich demonstriere das euch einfach mal da ist keinerlei spannung drauf ich nehme jetzt einfach mal ein handelsüblichen polprüfer oder spannungsmesser und messe hier mal die spannung die ist so gering dass euch da nichts passieren kann ihr könnt dann einfach hier diese ader abzwicken oder ab isolieren und da passiert nichts der kondensator nimmt halt nur so die überflüssige spannung quasi im netz auf wenn ihr eure lampe ausgeschaltet habt und so habt ihr wie gesagt euer blinken abgestellt ich kann dann nochmal zeigen dass hier nichts passiert hier kriegt man keinen stromschlag oder ähnliches so ich hoffe ich konnte euch mit diesem video wieder einigermaßen weiterhelfen so wie gesagt der einbau ist extrem einfach das bauteil kostet nur wenige euro und kann einen wirklich haufen nerven sparen weil das ist echt nervig wenn man dann nachts teilweise durchs haus läuft und überall glimmen die leds an den decken